Willkommen zurück bei Civilization 6 und wie ihr sehen könnt, wir sind umringt von Vulkanen. Mit dem guten Khmer, den Namen spreche ich lieber nicht aus, sonst blamier ich mich nur, sind wir wirklich mitten in einer Hölle. Ja und ihr seht schon, das Problem kann man ja doch umgehen, aber halt nur begrenzt. Ich habe extra das Khmerische Reich genommen, weil wir eben eine Heiligenstätte haben, die durch Flüsse einen extremen Bonus bekommt, wir mehr Nahrung bekommen, Wohnraum und so weiter. Also einfach ein paar Buffs für unser religiöses Spiel. Denn in meinen Augen gibt es hier zwei Wege, dieses Spiel überhaupt zu spielen und zu gewinnen. Das wäre den ersten Weg, wie ihr gerade sehen könnt, die Heiligenstätte. Wir wollen eine Heiligenstätte am Fluss bauen, die uns eben auch genug Glaube gibt. Und das wäre jetzt zum Beispiel hier angeboten, links oder rechts, wo wir gerade lustig sind. Ich sage jetzt einfach mal links. Und die andere Variante wäre halt, militärisch zu gewinnen, also Religion oder Militär. Denn wir werden jetzt zu eurem Glück natürlich gecuttet sehen, dass wir sehr lange einfach nur rumsitzen werden. Wenn ihr also oben die Runden vorbeigehen seht, werdet ihr sehen, dass sich nichts zu lustig ist. Es kommt auch noch ein paar Runden später noch ein Tornado. Ihr seht es, elf Runden später nicht genug, dass uns konstant diese Vulkanen ins Gesicht spucken. Kommt auch noch ein Tornado. Und wir haben eine gute Nachricht, wir haben einen Stadtstaat, wir haben uns entdeckt. Das ist natürlich exzellent für uns, denn ein Stadtstaat heißt Leben da draußen und Kontakt. Da gibt es jetzt zwei Methoden, die wir machen können mit diesem Stadtstaat. Wir können uns halt Zuzeränen-Status holen und deren Militärmustern, um irgendwas zu erreichen. Oder wir können den Stadtstaat angreifen. Dafür brauchen wir allerdings nicht den Heiligen-Distrikt, sondern ihr intelligenten Spieler wisst es natürlich, das Lager. Wir nehmen natürlich Liang als unsere Gouverneurin, eben um irgendwann zu schaffen, unsere Heiligen-Distrikt usw. nicht kaputt gehen zu lassen. Ich kann schon mal spoilern, wir hatten echt Schwein hier mit den Katastrophen, wenn es um den Heiligen-Distrikt geht. Wir werden jetzt also, ihr seht, 19. Runde, wir haben noch nichts getan. Forschung ist auch erstmal relativ egal. Naja, wir haben schon Bergbau und so, wir wollen schon ein bisschen die Grundlagen haben. Aber an sich ist es nicht so wichtig, weil wir einfach festsitzen noch immer. Wir müssen jetzt nochmal neun Runden warten, bis wir unseren Heiligen-Distrikt haben. Das haben wir jetzt geschafft. Da sind wir rund 28. Auch Bergbau durch und so weiter. Das Einzige Gute, was wir natürlich haben, ist, durch jeden Vokanausbruch wird unser Yield besser. Ich habe auch angefangen, Anansi zu erforschen, rekrutieren, wie auch immer. War noch nicht fertig gemacht, weil, wenn ich den jetzt fertig mache, steckt er natürlich in unserer Stadt fest. Wir brauchen einen großen Propheten und ihr intelligenten Menschen wisst schon, dass ein großer Propheten uns erstmal auch noch nichts bringt. Ich wusste das natürlich nicht. Das heißt, mein Ziel war es nachher erstmal Heiligengebete zu machen, um eben diesen Großpropheten zu kriegen. Nächste Forschung ist, wie gesagt, Lager. Denn das wäre die militärische Variante, beziehungsweise die Entkommensvariante 2. Denn nur so kommen wir aus diesem Gebiet heraus in Lager bauen. Und ganz passend immer Feuergöttern gibt uns natürlich einen extremen Glaubensbonus, weil eben alle unsere Erde hier um unsere Stadt herum, die konstant bombardiert wird. Ihr seht, die Bevölkerung wird niemals über zwei wachsen. Auch mit Liang übrigens, auch mit der Erweiterung von Liang ist das nicht möglich. Nur die Distrikten und so weiter werden nicht mehr geplündert. Es wird aber trotzdem durch unser massives Wachstum irgendwann soweit sein. Unsere erste Widersache ist dann Ungarn, den guten Matthias Corvus, glaube ich, heißt er. Der ist nebenan, irgendwo anscheinend. Und da ist auch Jerusalem. Jerusalem wäre eigentlich ein ganz cooler Stadtstaat zu kriegen, um ihn als Folge-Vasal wie auch immer zu haben. Dabei hat aber leider der Matthias seine Finger im Spiel. Da haben wir die USA gefunden, den Rough Rider Teddy Roosevelt. Der scheint irgendwo da im Osten zu sein. Ja, und wir haben natürlich konstant Vulkanausbrüche. Unser Heiligen-Distrik ist aber durch. Das heißt, wir kriegen jetzt unsere Punkte. Und wie ich eben sagte, machen wir jetzt dieses Gebet. Was eben auch bedeutet, das Waiting-Game geht weiter. Wir können nicht viel tun, wir warten ab. Und ich werde gleich merken, dass das Ganze natürlich komplett fruchtlos ist. Denn ich habe natürlich eine riesigen Fehler begangen, den ihr wahrscheinlich euch schon denken könnt. Erstmal haben wir eine Bronzeverarbeitung fertig. Bedeutet, wir können so ein Lager bauen. Ich kaufe sofort das Teil und setze sofort das Lager an. Es ist essentiell, dass wir auf jeden Fall das Lager rauspushen. Ihr seht, wir können nächste Runde unseren Großpropheten kaufen, weil unser Heiliges Gebet dann fertig ist. Ja, und dann ist es auch schon soweit. Und dann, Moment, äh, ups, ja, der kommt ja gar nicht raus. Vielleicht hat der Omni da nicht ganz so geplant, wie es sein sollte. Gerät gerade vollkommen in Panik, wie ihr sehen könnt. Ja, und wir sitzen noch immer fest. Trotzdem auch bedeutet, Plan, Aggression scheint die einzige Lösung zu sein. Heißt nicht, dass wir jetzt den Religionssieg verwerfen. Nee, ich finde, da ist Khmer einfach super für. Habe ich auch extra so gewählt. Aber was wir halt machen werden, ist Mohenjo Daru anzugreifen. Das ist unser Ziel. Doch wie machen wir das? Wir haben ja jetzt keine große militärische Kraft. Wir haben jetzt gleich das Lager. Ihr seht, wir haben auch Lians Beförderung, die wir brauchen, um unsere Modernisierung zu schützen. Aber wir kommen da mal nicht raus. Wir können aber einen Trick machen. Und ihr seht, ich mache noch einen Fehler. Nur, dass wir nochmal so einen Slap-Moment haben. Ich brauche einen Siedlern. Weil ich denke, Moment, der Siedler könnte doch auch beim Lager rauskommen. Nur, schau mal einfach mal an, ob das so funktioniert. Was aber natürlich beim Lager rauskommt, sind alle Militäreinheiten. Wie Anansi zum Beispiel. Und Anansi ist ein Fernkämpferheld, was sehr gut ist. Er ist sowieso ein sehr starker Held, weil jedes abgebaute Feld gibt es natürlich massiv Forschung und Kultur. Aber er ist natürlich auch ein guter Fernkampfheld. Ja, und dann seht ihr, der Siedler kommt auch unten vor. Ich lösche ihn einfach rein aus Frustrationen. Gut, ich könnte ihn auch niemals herauskriegen. Das wäre Schwachsinn. Dafür wird das Spiel nicht lang genug dauern. Ich erkläre also Mohenjo Daru den Krieg. Und ja, das mag der Roughrider gar nicht. Ist aber nicht so wichtig. Der ist trotzdem unser Freund momentan. Und greift mit Anansi an. Merkt natürlich dann, ja, klappt das? Ja, ich mag ganz gut Schaden. Ja, aber der kriegt natürlich jetzt auch ordentlich auf die Mütze. Gut ist aber jetzt, wir sind frei. Das ist schon mal der Fortschritt. Auch wenn Anansi da fast stirbt. Ja, ignorieren wir jetzt einfach mal. Wir sind frei. Das heißt, jetzt können wir jetzt auch Militäreinheiten bauen, die wir halt außerhalb des Gebietes oder außerhalb unserer Hölle von Vulkanhölle halt wirklich auch benutzen können. Das ist natürlich sehr wichtig. Wir müssen jetzt nur schauen, dass Anansi überlebt. Weil Anansi ist schon unser Garant dafür, dass wir die Stadt dann doch irgendwann einnehmen. Und wenn wir das nicht schaffen, ihr seht, ich habe mich geheilt mit Anansi mit der Farm. Wenn wir das nicht schaffen würden, würden wir hier festhängen. Also wir müssen eine Stadt außen fest einnehmen. Sonst kriegen wir auch keinen neuen Siedler, keine neuen Städte. Wir müssen Siedler klauen von der KI. Die sind aber nicht nah genug ran gerade. Oder eben, wir müssen eine Stadtstadt einnehmen. Das heißt, wir müssen jetzt hier voll pushen. Ihr seht schon, ich habe einen Bogenschützen gebaut und einen Sperrkämpfer. Und ja, ich gehe immer wieder auf meinen Propheten, weil ich einfach nicht fasse, wie dumm ich war. Und ihr seht, konstant sterben unsere Bevölkerung. Aber ihr seht auch, was für ein Yield mittlerweile oben rechts in dem Gebiet schon zu sehen ist oder rechts. Das ist wirklich richtig nice. Währenddessen tobt die Entscheidungsschlacht um Mohen Yodaro weiter. Und eine spektakuläre Runde später gehört sie uns. Damit kann das Spiel in der 71. Runde tatsächlich richtig beginnen. Denn jetzt können wir unseren blöden, äh, unseren tollen Propheten, naja, in der nächsten Runde, denn da hängt noch ein blöder Arbeiter drin in der Stadt, zu der anderen Stadt rüberschicken, wie ihr sehen könnt. Und dann brauchen wir noch ein paar Runden, bis der rübergelaufen ist. Und ich schäme mich nur noch ein bisschen dafür. Aber wir wollen das Ganze auch ein bisschen spannender machen. Auf jeden Fall 72 Runden hat es gedauert, bis wir wirklich die Außenwelt jetzt für uns erobern können. Was natürlich bedeutet, ihr seht es auch schon bei Rough Rider, wobei ich finde, Matthias geht noch. Die sind natürlich schon sehr weit vorgezogen. Gerade auf Gottheit natürlich heißt das, die KI ist nicht gerade, sitzt nicht gerade still und macht irgendwie Kaffeekränzchen, sondern die versucht natürlich möglichst viel Yield zu bekommen. Wir können aber jetzt mit Anansi ein bisschen was aufholen, indem wir ein paar Felder einsacken. Auch das klappt nicht ganz so gut. Der geht schneller kaputt, als ich mir wünschen würde. Ich konnte mir aber direkt nochmal einen Siedler kaufen, in dem ich alle unsere Waren verkauft habe. Was sehr gut ist. Denkt immer daran, dass zu nutzen, Quick Deals, bester Mod. Ich muss es bei jedem Let's Play oder Playthrough, wie auch immer, sagen. Das ist einfach essentiell, nehmt ihr mit. Und dann habe ich auf jeden Fall mir einen Siedler gekauft und ich habe noch einen gebauen lassen. Und jetzt können wir endlich mit den Propheten die tolle Religion Vulcano verschätzt. Ja, lustig, genau. Gründen und was nehmen wir natürlich? Wir nehmen, ja, ein paar Optionen haben wir. Wir nehmen die Jesuitenausbildung. Wird tatsächlich gar nicht so viel bedeutsam sein, aber ist egal. Und 30% weniger, das ist sehr bedeutsam. Kosten für den Kauf von Missionaren und Aposteln. Wenn ihr einen Religionssieg machen wollt, ist das eigentlich ein Go-To. Natürlich sind auch ein paar Wunder noch wichtig. Da werden wir eigentlich gar nicht mehr zu kommen, weil wir halt schon sehr spät im Spiel sind. Wir müssen jetzt natürlich Vollgas geben. Ihr seht, wir haben 22 Glauben pro Runde. Das ist erbärmlich wenig. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt unbedingt dafür sorgen, dass wir mehr Glauben bekommen. Wir müssen die andere Stadt auch bekehren, damit wir im Theaterdistrikt das Amphiltheater holen können. Und wir müssen wirklich in allen Städten, die wir gründen, einfach eigene Städte bauen. Ich habe es ja schon mal im Tutorials gesagt. Guckt sie euch gerne an und lasst dann direkt ein Like und Abo da. Nutzt immer eine Strategie und bleibt dabei. Denn dann könnt ihr auch wirklich vorankommen. So ein Regionssieg ist halt das beste Beispiel dafür. Weil wenn ihr da wirklich von Anfang an gegen oder für pusht und dann aggressiv dieses Ziel verfolgt, ohne irgendwas anderes zu beachten, dann werdet ihr auch gewinnen können damit. Anders nicht. Oder schwerer zumindest. Ich habe ja eine winzige Karte mit drei Gegnern. Von daher ist es auch nicht ganz so mühsam oder so lebenszeitverschwendend. Ich glaube, ihr müsst trotzdem diese Linie pushen. Denn ihr werdet sehen, das ist jetzt kein Selbstläufer. Ihr könnt auch sehen, dass schon eine andere Religion gegründet wurde, und zwar von Ungarn. Auch da hatten wir eigentlich Glück. Da ich diesen extrem fehlenden Propheten hatte, dachte ich eigentlich auch, ich müsste neu starten. Ist aber tatsächlich nicht passiert, weil eben erst eine Religion durch Ungarn gegründet wurde. Das ist natürlich für uns sehr luxuriös. Das ist nicht immer so. Es kann schon durchaus sein, dass man schon direkt einen Restart dann hätte. Ich musste aber nicht restarten, deswegen war ich ganz zufrieden mit dem Ergebnis trotz meines Fails. Den wollte ich deswegen auch auf jeden Fall auf Band haben, damit ihr alle sehen könnt, wie doof ich war. Ich rekrutiere jetzt auch schon die ersten Missionare. An sich ist es eigentlich eine Verschwendung, aber eben, wenn ihr welche habt, die keine Religion haben, geht das doch ganz gut. Das heißt, gerade Amerika sollte ich jetzt ohne Probleme hinkommen. Genauso wie Nubien. Die haben ja beide noch keine Religion. Und ich kann die einfach unter dem wahren Stern unserer Religion, Vulcano, verschätzt vereinen. An sich ist es aber einfach so, und das werdet ihr ja gleich auch sehen, dass man das nicht machen sollte. Man sollte nicht einfach nur Missionare pumpen und dann ist gut, man sollte eigentlich eine große Menge an Glauben sammeln. Mit 40 pro Runde sehr schwer, aber eine große Menge an Glauben sammeln und dann einmal so einen richtig dicken Push an Aposteln und Missionaren machen, um halt da wirklich voranzukommen. Das ist momentan noch nicht so einfach eben wegen der Werte. Ihr seht aber, unsere Hauptstadt ist tatsächlich auf 10 angekommen, eben wegen diesen Yields, der kontanten Vulkanausbrüche. Da sterben es auch die ganze Zeit, die Leute, aber wir kriegen halt so viel Nahrung durch die neuen Felder. Das ist schon genial. Ihr seht, die Nubier haben wir erreicht. Unten sind wir jetzt mit diesem bisschen Barbaren am Kämpfen. Rechts müsste auch noch irgendwo ein Missionar sein, der sich Richtung Amerika aufsetzt. Und einer steht da unten auch schon bereit, um mal Ungarn anzugehen. Aber wie gesagt, ist eigentlich Unsinn. Wenn da eine Religion gegründet wurde, könnt ihr das eigentlich vergessen. Ich kaufe mir nochmal einen Siedler, um einfach noch ein bisschen mehr Glauben zu haben. Nochmal, das ist viel, viel zu wenig. Wir müssen da weitergehen. Und ja, natürlich ärgert das Ungarn, weil die ja selber eine Religion haben. Und wir sagen ja, leck mich. Ich meine natürlich, das ist uns relativ egal. Unser Glaube ist der wahre. Und deswegen müsst ihr einfach damit klarkommen. Wir hatten ja ein dunkles Zeitalter. Jetzt haben wir ein goldenes nach einem Dunkeln. Das heißt, wir haben einen super geilen Effekt. Wir können nämlich drei Fähigkeiten hier auswählen. Das heißt, wir nehmen Exodus der Evangelisten, mehr Fortbewegung und plus zwei Ladungen. Das ist eigentlich absolutes Game-Changing hier. Ja, Monumentalität werden wir wahrscheinlich nicht haben können, weil wir einfach niemals Glauben übrig haben werden. Und ja, einfach Pinsel, damit wir ein bisschen mehr Kultur haben. Aber einfach diese Evangelisten, also eigentlich reicht auch das eine schon, ist einfach gigantisch, weil zwei Ladungen mehr bedeutet, extrem viel mehr Macht, die wir da haben können. Und diese Macht sollten wir auf jeden Fall nutzen. Wenn ihr unten rechts vielleicht gesehen habt, das Bahncamp, lasse ich da leben, weil danach ein Stadtstaat rauskommt. Ich dachte, vielleicht kriegen wir noch irgendeinen coolen Stadtstaat, den wir brauchen. Aber ihr seht schon, wir sind mit allen verbündet, obwohl wir deren Religion einnehmen. Und seine Religion ist auch größer als unsere. Trotzdem hat er mit uns einen Bündnis gemacht. Fragt mich nicht, warum. Ich finde es ganz nett. Hat auf jeden Fall passiert. Seht aber auch die Werte von denen, 133 bei Teddy Roosevelt. Und Ungarn hat auch bei 106 und 109. Alter, es ist nicht zu verschätzen. Die sind schon gut dabei, aber eben doch ganz friedlich. Jerusalem, ihr seht es nochmal, ich habe immer was reingepumpt, aber können wir nicht vergessen, das geht nicht, wegen halt der Armani, glaube ich, heißt sie. Ihr seht aber, unser erster Apostel ist hinten angekommen. Wir haben jetzt diese Crew rekrutiert. Ihr seht, ich haue jetzt wirklich Druck drauf. Ich habe jetzt mal ein paar Runden vorangeschaltet. Ihr seht, oben ist schon mal unsere Heiligen-Distrikt da. Ihr seht, die Vögelchen fliegen. Wunderbar. Und wir haben halt, ihr seht es auch hier nochmal, eine richtige Frontwild. Drei Missionare, ein Apostel, ein weiterer Apostel kommt. Ich bin hier in unseren ersten theologischen Kampf kämpfen. Na, geht nicht ganz so gut, wie ich mir gekauft habe. Ich habe aber hinten Apostel bekommen. Ihr seht es unten an den Schwertchen. Der hat mehr Kampfkraft. Und dadurch sollten wir eigentlich die Missionare, die er bisher nur hat, er hat keine Apostel, locker brechen. Also er ist nicht so richtig im Religions-Sieg-Modus, sondern eher so, ich verbreite meine Religion so ein bisschen. Das kann die KI ganz gut. Aber kein Apostel heißt für uns halt, da können wir durchbrechen. Ihr seht, eigentlich alle zwei der Runden haben wir jetzt auf einmal 109 erstmal, glaube ich. Und alle zwei der Runden produziere ich halt einen Apostel. Und da seht ihr, wie viel Schaden unser gebuffter Apostel macht. Und ihr seht auch, wie wir innerhalb von Packs, ja, die anderen Namen spreche ich alle nicht aus, aber jetzt die ersten oder mehrere Missionare durchbrechen. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste, was wir gerade tun. Wir nehmen jetzt die Städte nach und nach ein. Wir haben mit den Aposteln massiv Schaden, in deren Glaubensdoktrinen anrichten, weil unsere Apostel einfach besser argumentieren oder sowas. Und Apostel sind halt einfach the way to go. Kosten natürlich auch deutlich mehr, werden aber jetzt mit diesen 110 pro Runden deutlich schneller nachgepumpt. Ich habe ein Aqueduct in unserer Hauptstadt noch gebaut. Dadurch kriegen wir für jede Bevölkerung mehr Leben. Ihr habt gesehen, die Bevölkerung war übrigens wieder bei sieben. Sie ist wieder zerbombt worden. Und wir haben auch in anderen Städten einfach nur, wie gesagt, die heiligen Distrikte gepumpt. Und dann Tempel, Schreine und so weiter. Also Parasat statt Tempel. Und ja, ihr seht hier, der nächste Kampf geht drauf los. Ich kann jetzt gleich in der nächsten Runde dann diesen Mission auch noch töten. Und dann bricht eigentlich das Ganze zusammen. Ihr seht jetzt schon, der Katholizismus geht hinab, sag ich mal. Also es gibt immer weniger Druck durch den Katholizismus und mehr durch unseren tollen Vulkane-Verschätzt-Kult. Und der wird das Ganze jetzt erregeln. Nächste Runde, zack. Also jetzt haben wir die Wiege des Katholizismus übernommen und haben damit Ungarn eigentlich so gut wie gebrochen. Natürlich wird Ungarn mit seinen restlichen Missionaren weiterhin versuchen, die Städte wieder zu flippen. Daran denke ich auch ehrlich gesagt schon wieder nicht, weil ja, denke ich halt einfach nicht dran. Aber das wird auch gar nicht mehr so schlimm sein. Ihr seht, wie viele Apostel wir jetzt mittlerweile haben. Ich glaube, drei, vier. Und wir müssen jetzt nur nach Ägypten gehen, die auch tatsächlich an Religion gegründet haben, wie ihr eben vielleicht gesehen habt. Den Buddhismus. Allerdings sind die auch im Krieg. Und das ist ziemlich gut für uns. Ungarn und Nubier, nicht Ägypten, sind im Krieg. Und das führt einfach zu dem ganz einfachen Effekt, dass die eigentlich so gut wie keine Kraft hat, noch Missionare zu bauen. Die scheint eh die schwächere Fraktion zu sein. Ihr seht es auch oben an den Wissenschafts- und Kulturwerten. Und deswegen kann die uns da eigentlich gar nichts bieten, wenn Ungarn schon so gefallen ist. Und deswegen löschen wir auf jeden Fall, selbst wenn wir vorher schon gewonnen haben, deren Religion oder ihre Religion auch auf jeden Fall vollständig aus. Damit kommen wir also zur Endphase. Wir räumen jetzt noch mit Ungarns- Städten auf. Ihr seht überall unsere schöne Schildkröte Vulcano verschätzt. Ist überall in den Städten von Ungarn drin. Das ist wichtig, denn dann können die halt keinen neuen Missionaren mehr bauen, die eurer Religion irgendwie schaden können, also der anderen Religion angehören. Die Stadtstaaten, und zwar, der könnte eigentlich liegen lassen. Die werden eh irgendwann durch den Druck, natürlich, ihr seht es oben bei Prestaft zum Beispiel, erdrückt werden, sodass sie auch zu eurer Religion konvertieren. Ihr seht hier oben noch Philadelphia, muss noch eingenommen werden. Ich habe noch immer nicht den Amerikaner, wie ihr sehen könnt, als meinen Basal in der Religion. Das heißt, ihr braucht unten rechts immer eine Stadt, aber da der selber auch, glaube ich, im Krieg sogar ist mit Ungarn, wird er, glaube ich, nicht zulassen, dass er von dem bekehrt wird. Gut, wie gesagt, er hat ja auch wahrscheinlich nur ein, zwei Missionare, es ist eh irrelevant. Wir werden hier natürlich wieder sagen, kannst mich mal meinen, ne, Allerwertesten und so weiter, denn wir werden hier weiter bekehren. Ihr seht, wir haben jetzt auch die Hauptstadt da irgendwo geflippt. Dahinter ist allerdings noch eine Stadt, denn ihr seht, ich habe noch kein buddhistisches Symbol gesehen und das bedeutet eben, dass dieses buddhistische Symbol noch in einer Stadt dahinter ist. Der Bebar hat uns gnädigerweise alleingelassen. Ich glaube, der Apostel konnte gar nicht eingenommen werden. Ganz nett, Missionare, glaube ich, können zerstört werden. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich hatte auf jeden Fall jetzt keine Probleme, konnte deswegen einfach weiterziehen und verteile mich hier mit meinen Missionaren. Gucken wir mal, wo ist denn diese Stadt? Wo ist der Buddhismus? Das ist eigentlich der letzte Schritt, den wir noch brauchen. Amerika müsste jetzt auch sofort fallen. Ungarn gehört uns ja auf jeden Fall schon, auch wenn er versucht, hier nochmal neu zu pushen mit seinem, ihr seht da unten den einen Missionar, aber das bringt halt nichts mehr. Den können wir jetzt auch nochmal umbringen und dann haben wir es eigentlich geschafft mit Ungarn. Jetzt müssen wir nur noch hinten den Buddhismus ausordnen. Wie gesagt, da kommt auch nichts, ihr seht hier gar nichts in den Städten der Nubiern. Das heißt, es ist jetzt eigentlich alles geritzt. Wir haben eine 125. Runde. Ist natürlich was später, als man gewünscht hätte, hätte ich vielleicht den Propheten da besser getimed. Hätten wir es vielleicht noch früher machen können. Gucken wir, was jetzt das Endergebnis ist. Wir müssen, wie gesagt, noch diese letzte Stadt finden, aber ihr seht, der Nachschub von unseren Aposteln ist halt unendlich. Also da kann uns auch keiner mehr diesen Siegstreit nicht machen. Und ihr seht noch immer, wie schlecht unsere Wissenschaft ist, unsere Kultur ist. Amerika gehört es auch uns. Aber das interessiert halt keinen. Religionssieg ist halt in der Civilization tatsächlich sehr cool, weil es halt unabhängig davon ist, wie viele Ressourcen ihr tatsächlich habt oder sowas. Ihr müsst einfach nur ballern, wenn es um die Postel und die Missionar geht. Und dann haben wir es geschafft. Damit haben wir den Sieg tatsächlich in dieser Flammenhöhne, diesen unglaublichen, chaotischen Umständen eines verbrannten Landes in der 127. Runde geschafft und müssen jetzt noch ein Ziel erfüllen, nämlich die Religion. Buddhismus auslöschen, das ist ganz klar. Katholizismus bleibt bis nur bei den Stadtstand. Das ist mir egal, aber wir können da oben nicht irgendwie so ein buddhistisches Symbol rumhängen lassen, auch wenn die Mehrheit von Nubien schon unserer Religion folgt. Das müssen wir auf jeden Fall leisten. Aber ihr seht, das ist eine ganz coole Strategie. Kannst du mir empfehlen, nachzuspielen? Das macht sehr viel Spaß, weil man halt eine ganz, ganz andere Startbedingung hat, ganz andere Bedingungen, die man halt vorfinden kann. Und ihr seht, wie stark es halt eben auch war mit dem Khmerischen Reich, durch eben diesen Tempelersatz, Klöster des Königs und so weiter. Es ist schon extrem stark und sehr mächtig. Lädt zum Nachspielen ein und auch mal die Militärstrategie vielleicht versuchen und vielleicht noch optimieren. Auch hier, glaube ich, kann man mit dem Religionssieg durchaus noch mal schneller vorgehen. Das sollte möglich sein. Und wenn ich euch hier nochmal mein Reich zeige, nochmal zeige, was ich alles gebaut habe, kommen wir jetzt zum wichtigen Abschluss. Denn Kava hat noch immer den buddhistischen Glauben. Das dauert auch noch eine Runde länger, wie ihr sehen könnt, bis wir diesen Glauben ausrotten. Aber da sind wir auch schon in der nächsten Runde und damit haben wir auch diese heilige Stadt eingenommen. Und damit folgt die Welt tatsächlich komplett unserem Vulkano verschätzt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, spielt es mal nach. Lasst ein Abo und ein Like da für weiteren Content und schaut gerne mal in diese anderen Videos hier rein. Haut rein. Bis dann.